Spaß, Leute, es gibt einfach immer noch YouTuber, die diesen Move bringen, die über 500.000 Abonnenten haben. Digga, was ist los mit euch? Nach so einer langen Zeit habe ich wieder mal meine Vlogcam ausgebaut. Aus dem Grund, weil diese Cam ist sehr klein und ich kann nicht sehr gut verstecken. Und für einen Prank kann ich nicht so eine Kamera nehmen, wie der ein oder andere YouTuber, die Fake Pranks drehen. Deshalb, Freunde, mache ich das Ganze mit dieser Kamera. Ist eine sehr kleine Kamera, ich zeige sie euch dann später auf dem Spiegel oder so. Ich werde heute ein Video drehen, in dem ich eine Playstation 5 auf Ebay-Kleinanzeigen inseriere. Und das nicht mit meiner Nummer, sondern mit Tugay seiner. Und zwar der liebe Savas, grüße ich Ihnen raus, Bruder, danke, dass du mir deine PS5-Bilder zugeschickt hast. Die werde ich ins Internet stellen und die werden ihn dumm und dämlich anrufen. Er wird richtig ausrasten, der Junge hat eh keine Geduld. Dann dreht er richtig durch, weiß gar nicht, was er labern wird. Und zwar, Freunde, bleibt auf jeden Fall gespannt. Wir stellen jetzt die Playstation 5 auf Ebay-Kleinanzeigen und dazu nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Hier sind die Bilder, die mir meinem Freund zugeschickt hat. Extra einmal mit Licht, ohne Licht und mit der Originalverpackung natürlich. Ja, Playstation 5, PS5 wie neu. Versand möglich, 580 Euro Festpreis. Hiermit verkaufe ich meine Playstation 5 mit Originalverpackung und einem Controller. Die PS5 läuft einwandfrei. Verkauft wird sie, da ich auf die Xbox umsteigen möchte. Bitte nur ernst gemeinte und seriöse Anrufe unter der Rufnummer. Tugay seine Rufnummer kommt dann gleich rein. Versand möglich und Paypal möglich. Machen wir jetzt einfach mal kurz die Rufnummer von Tugay rein. So, das Ganze wird Anzeige aufgeben. Wird jetzt inseriert. Jetzt PS5, die Playstation 5 wie neu. Freunde, wie ihr sehen könnt, bald online. Deshalb warte ich jetzt erstmal eine halbe Stunde oder so und fahre dann zum Tugay. Und nehme dann einfach mit dieser Cam weiter auf. Ich zeige nochmal kurz die Cam. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Werd sie hinter meiner Tasche oder so verstecken. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Bleibt gespannt und wir sehen uns dann beim Tugay. Freunde, die Leute schreiben dem behindert. Wallah, behindert sogar. Die schreiben mir gerade behindert. Die Anzeige ist gerade vor einem Minute online gegangen. Ich muss jetzt schnell zu Tugay und eine Reaktion filmen. In den 500 komme ich sofort und so schreiben die. Wallah, da ist mein Auto. Wir sehen uns bei Tugay. Tugay, Tugay, Tugay. Okay. Wie geheide jetzt. Oh, hab ich hier abgeklingelt. Hallo? Ich bin Spinny. Und hier? Ja. Wo kommst du hier? Alter. Ich bin 40 Jahre alt. Das ist egal, was ich hier. Hast du Besuch? Nein, das hat er mir rausgeworfen. Warum? Das hat er mir rausgeworfen. Echt? Ja, was? Ich hatte einen Spaß, Digga. Er hat mir einen Pass gegeben und hat mir auch nicht geschickt. Ja, was ist das? So, kannst du mir vielleicht kurz ein Tempo bringen? Aus der Toilette, sodass meine Nase läuft übel. Bro, Tempo oder Zeba? Bro, äh. Besser wäre Tempo, Bruder. Ich habe hier noch Zeba. Hast du schwarze? Ich ziehe gerade meinen Jacken aus und habe einen Comic-Bruf. Ich habe gerade meine Sachen an, der die Fasche reihe. Danke, Mann. Alles Gute. Bro, ich findest du Mero's Album. Bro, ich schau. Ich habe es nicht so oft an. Wer ist nicht so oft an? Doch, und ich habe jetzt vorgenommen, jeden Sonntag darf ich in der Wohnung. Was? Jeden Sonntag darf ich in der Wohnung rauchen. Oder geht es auch bei Fahnen auslanden. Ah, geht eh. Besser den nächsten, oder? Bro, können wir schauen. Besser, Alter. Bro, wir schreiben die ganze Zeit Wanda, Bro. Das ist voll komisch. Ich schreie auf alles. Bro, wir schreiben die ganze Zeit Leute auf WhatsApp. Ich schreie auf alles, Bro. Ich habe extra blockiert. Schau dort, diesen Kontakt blockiert. Er schreibt zu, hey, Digga. Hast du PS5? Da, hier. Hey, ich schreibe wegen der PS5. Ist PS5 noch zu haben, Bro? Echt? Und ihr schreibt den euch an. Bro, wahrscheinlich gehe ich nicht mehr hin. Bro, ich bin dreimal hingegangen. Von Arbeit, Bro. Ich gehe so hin. Dann sagst du, ja, hallo, so und so. Ich spreche hier mit so und so. Ist hier PS5 noch zu haben? Wallah, Bro. Ich schwöre, ich sage einfach, ist PS5 noch zu haben. Warte, aber wie PS5 zu haben, Bro? Ich schreie hier. Bro, die fragen nach PS5. Mich fragen die nach PS5. Geh mal ran. Bitte geh mal ran. Geh mal schauen. Ja, hallo. Servus. Du, ich habe schon geschrieben, dass du schon geschrieben hast, ob du möchtest. Wo steht denn die Anzeige drin? Ähm, bei... Nein, okay. Oh, da tut es mir wirklich gleich, da hat irgendjemand sich ein Spaß, hallo. Ja, alles. Tschüss. Nein, das ist richtig. Boah, warte, das ist super, weil voll leid. Die Freunde sind richtig, die gedenken sich. Ich habe ja selber PS5, wie bei mir kleine Anzeigen geschaut. Boah, ist PS5 noch zu haben, ist PS5 noch zu haben. Ich luchte an. Ja, brauche doch einfach genau das Dächtchen. Bro, schau schon wieder. Brauche ich keine Anzeigen. Boah, ich lasse es da aus. Ich schieb da für eine Aggression. Ja, hallo. Servus. 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 Ich rufe vorher im Weg gleich in Zeit. Aber ich habe gesehen, dass wir als PS5 verkaufen. Ähm, Sie rufen da, glaube ich, unter der falschen Rufnummer an, weil ich glaube, jemand hat sich ein Spaß erlaubt. So, gut. Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht. Wir suchen auch gerade das Rufnummer, das war. Danke trotzdem, gell? Okay, sorry. Entschuldigung für die Arbeit. Ja, jetzt los. Bro. Bro. Was soll ich jetzt machen? Ruf mal, wir werden Pizza bestellen, oder? Bro, ich habe WhatsApp, 25 Nachrichten. Ich habe sogar bei Nachrichten. Bro, schau. Hi, ich bin aus Augsburg. Du würdest auch beim Barwitz sagen. Frag mal, was tauschen wir so, ob das war. Woher rufen die an aus Augsburg raus aus Augsburg? Ja. Bro? Hm. Ähm, hast du PS5-Anzeige über mich gemacht? Nein. Sag was? Was? Wenn ja, dann bist du ein guckloser ***. Warum soll ich das machen? Ich habe doch andere Hubbys. Bro, ich habe meine Ahnung, dass Kai Jenner wenn sie tehn, will Pulsit. Hm. Ja, woher du so viel von mir ist? Warum war das nicht? Warum war das nicht? Warum war das nicht? Bro, aber du hast auch einen Patronin nicht, bro. Ich war das. Tamam, ich glaube, du schon mal. Bro, das Ding ist. Wer ist bei dir? Äh, bin ich, man. Du bist bei dir, ja. Bin ich, aber wie, Bro. Was so? Sag ihm, ich sag Gott, was a*****. Warum? Warum? Was? Sag ihm was. Oder mach laut. Ja? Äh, Bro. Ich kann erst, erst dann Dezember, ich versuche jemanden. Äh, Bro. Ich habe keine Zeit für was du hast. Bro, ich merke mich dann bei dir, okay? Ja? Ich merke mich dann bei dir, okay? Ja, ja. Ist schon okay, Bro. Ist schon okay. Da kann ich das nicht. Bro, doch. Ich höre jetzt nichts gegen dich, Bro. Dezember, YouTube-Videos und so, ist echt viel Stress, Bro. Deswegen bist du bei dir, ey, ey. Ja, Bro. Ja, Bro. Ja, okay. Zum ersten Mal keine Kamera dabei. Das war auch, Bro. Ich hab' okay, ich hab' okay. Hade. Man. Bro, wer kann das gewesen sein bei Tugi? Was weiß ich, Alter. Oh. Oh. Okay, ich auch nicht. Wir haben alle keinen Weg mehr, wir sind alles ger***t. Kommt doch los oder so. Willst du nur die Vitamins auf? Nein, Digga. Hast du keine Kohle oder so? Nein, ich merke, Bro. Scheiße, alle kommen dann hinter sich. Was? Ja. Stuck an. Wir haben kein Mädchenbesuch hier, Bro. Na, okay. Scheiße, Digga. Mann, ciao. Bro, wer kann es auch noch gewesen sein? Bro, ich weiß es nicht, Bro. Asa Waschkapadlan. Ich kann nicht auflegen, weil ich werde permanent angehüpfen. Bro, geh mal ran, Bruder. Bro, ich geh nicht mehr ran. Bro, geh ran, Digga. Oh, sag das Ding. Bro, du meint sich eine Hoffnung hin. Bro, sag ich mir, Bro. Geh ran. Du meint sich Hoffnung hin. Was soll ich sagen? Ja, hallo. Ja, ich hab gesagt, du verarscht, du bist ja. Keine Ahnung. Hallo? Ja, sag mal, ja, hallo. Servus. Guten Tag. Servus. Ich rufe an, kannst du da irgendwo hin oder kennst du den Schuss? Achso, ähm, sie sind glaube ich der 50. Anrufer in zwei Minuten. Ich hab, irgendjemand hat sich da einen Spaß darauf. Es tut mir wirklich leid. Okay. Also. Ja, falsche Nummer quasi. Ja, genau. Genau. Ah, okay, ja, alles klar. Ja, gut, dann hat es sich da wenig geschaut. Tut mich leid, falls ich es gegen mich Hoffnung gemacht habe oder so. Nein, alles Bestes. Das war bloß, es hat sich halt platztechnisch perfekt getroffen. Achso. Und im Endeffekt dann halt einfach schnell übergefahren werden und das ging einfach schnell abgeholt. Ja, aber klar. Ah gut, dann hat er wahrscheinlich entweder Nummer beabsichtigt falsch oder blöderweise falsch irgendwie eine Zahl mit rein oder so. Genau, versuchen sie es halt mal in den Namen zu schreiben oder so. Jawoll. Alles klar. Ich danke für die Info. Ich danke auch. Das Ding ist die armen Menschen, Alter. Bro, der ist einfach weg jetzt oder was der Typ? Bro, willst du Waffeln? Waffeln? Hast du Nutella, Bro? Ja, hab ich auch. Echt? Das ist Zuckerwaffeln, Bro. Achso, ja, dann gehst du jetzt so. Waffeln. 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 Auf du Untenrik? été auch. Schreibt, hast du noch PS5 zu? Wor prést deixe ich? Ich darf? DRCHLEBEN IMAGE Ich sag, gib deine Mutter, dann geb ich dir PS5. Einen schönen Tag, da habest du eben deine 없ens auf Ebay gesehen, wegen der PS5.... Schreibe die Parttipp oder was? Bro, ich hou be webISCH'O RANZIK DIGGA! Schreibe mal Parttack DIGGA! Warte, finde 제 Spranghmäutet nach die Gruppe oder so... FAž mut denn jetzt der bleibt. Dann gib mal ranung, dann sag mal ran. 정, was ich sag... Gib mal€ was ich denn zu allem. Bro, sag mal€. names. Du bist so ein iPhone 11 Pro, 12 Pro Max. Bist du behindert? Du kannst nicht dein Handy einfach so hinschmeißen. Boah, ich hab's dir verraus. Warte, ich hab das so. Ist doch gut. Probe an, aber du hast bloß dein Handy auf. Egal, ich stelle lieber eine Kleinerzeige an, die so meine Rückseite bezahlt. Bro, ich hoffe dir, der wird gemeldet. Wurzelt. Schon wieder? Salam Aleikum, ich wotlose B****. Jungs, wir haben meine Anzeige PS5 reingestellt. Warte, ich kann nicht mal abschicken, Digga. Ich kann nicht mal abschicken, weil ich wieder angerufen werde. Geh ran, Bro. Brot ist anonym. Geh mal ran. Was soll ich sagen? Salam Aleikum, oh Gott. Ja, das ist nochmal weg. Machen wir einen Brief. Salam Aleikum. Warte, ich rede, warte. Salam Aleikum, hallo. 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 Ich rufe dich an wegen der Anzeige auf die Band. Ich wollte fragen, ob du die PS5 noch hast. Bruder, die wurde vor einer Minute verkauft. Ich habe die Anzeige drin gehabt, direkt 50 Anzeige. Die wurden von einer Minute verkauft. Echt? Nein. Nein. Tut mir echt leid. Kein Problem. Trotzdem, schönen Tag, man. Also, ciao. Ciao. Der war voll traurig, Bro. Der war voll traurig, Bro. Mann, auch mal traurig. Er dachte, dass ich so brauche. Ich kenne sogar unsere Jungs-Trufe. Ihr macht ihm so an der Auge. Ja, das steht mal ja. Salam Aleikum. Incessant. Bro. Ja, Bro in der Gruppe. Wer hat die PS5-Anzeige über mich online gestellt? Aber ich glaube, Engin war es. Weil der Engin ist ein fetter B****. Und der macht sich immer über alles lustig. Und der macht auch fett Auge. Und deswegen will ich wissen, wer hat das gemacht. Bitte einmal durchgeben. Ist die noch zu haben, Digga? Schau mal, es ist einfach ein Fügel. Bro. Wie lange musst du arbeiten, die Woche? Boah, ich glaube, ich arbeite bis Donnerstag. Ja, wo reist auch du? Nein, nein, du bist ein Fügel. Was isst du hier eigentlich vom ganzen Tag? Bro, was ich erst gezeigt ist hier. Frühlings-Roll? Was? Pizza-Baget? Warum haben wir ein Pizza-Baget oder so, Bro? Boah, ich kann nicht wahrnehmen. Bro, es verschimmelt doch sowieso, wenn du eine Woche her... Bro, das ist tief viel, ey. Es verschimmelt, oder? Bro. Eine Frage, wer ist Bomber 99? Bro, meine Ex-Frienden. Echt? Nein, du Idiot! Zeig her. Ich höre schon Bomber 99. Ich schaue meine Mutter. Hallo, ich habe Interesse an PS5. Würdest du für 550 Leute abholen? Das ist der Bomber, Bro. 550. Oh, Bomber. Wurden sie auf der PS5 gebannt? Bro, hast du schon gesehen? Die Corona-Regel? Ich kann ja auch nicht mehr hören, Alter. Bro, hast du Corona-Regel gesehen? Du weißt du, Bro. Lass mal ein bisschen entspannen hier so, Bro. Lass mal ein bisschen so quatschen, Digga. Irgendwann diese Scheißding. Bro, das macht aber auch keinen Unterschied. Weil du darfst einfach nur noch alleine raus. Ist einfach, wurde gerade verkauft. Wurde dich einfach rein. Klappe. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, morgen verkaufst du in der PS5? Ähm, auch wie bei Kleinanzeigen. Die wurde vor einer Minute gerade verkauft. Ja, scheiße. Tut mich leid, Bruder. Ja, gerade. Alles klar. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bro, weißt du, das ist voll schlimm, Digga. Kennst du das, wenn du von jemandem sein Leben, sein Herz zersterst, Bro? Die sind voll gedreht durch diese Ordnung. Bro, das bist ja nicht du. Michael... Hi, ist die PS5 auch zu haben. Gibt es da eine Rechnung dafür? Bro, eure Rechnung auch noch an, ne? Ich hab nur gedacht. Bro, die denken bestimmt, ihr geklaute PS5 oder so. Bro, selbst wenn es geklaut ist, sie würde kaufen. Bro, ich hab keinen Bock mehr. Ich hör auf alles. Bro, ich schau jetzt. Ich will mir keine Ahnung, das ist ***. Söne, Digga. Oh, ich schwör. Wer derjenige jetzt weiß, ich bin so ein ***, ja? Hallo? Guten Abend. Ja, Abend. Sie wollen ihre PS5 verkaufen, oder? Ähm, Entschuldigung. Ich hab die ganze Zeit schon tausend Anrufe gekriegt. Irgendjemand hat da falsche Nummer angegeben oder sie Spaß erlaubt. Okay, okay. Ich krieg aber eine E-Mail zurück, das schreibt nur Anrufe, ne? Echt? Ich hab eine Nachricht geschrieben. Achso, aber... Ich hab die Anzeige. Hab eine E-Mail zurückbekommen, bitte nur Anrufe. Ja, aber dann war's safe und Spaß. Dann hat irgendjemand sich gedacht, ja, ich verarsch den jetzt. Ja, ja, okay. Gut, danke. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Bro, Omano kommt, das ist so von mir und Vater. Bro, du willst doch sagen, Pimpe ist hinvoll, Digga. Und ich der... Bro, ich der größte Kammer ***, Alter. Ich so, Bro, ich hab mich ja hier in mir. Ich brauch's doch noch. Bro, betrag dich mal mit den Menschen ein bisschen, Mann. Bro, was soll ich sagen, Bro? Wie geht's denn, Bro? Wie geht's denn, Bro? Wie geht's denn? Bro, die geht's auch? E-Bay Kleinanzeigen. Bro, was sitz ich mich an? Ich bin da so eine *** hier so hin, Digga. Geh mal da, geh mal da. Ich schau jetzt erstmal E-Bay Kleinanzeigen, Bro. Bro, ich schau jetzt erstmal, wie das war. Pass auf, ich geb dir jetzt einen Umkreis. 45 Kilometer ab. Hierfür verkauf ich meine Playstation 5 mit UVP... Was ist UVP? Ach, so Verpackung. Wer schreibt dir? Orkun. Die PS5. Oh, Mann. Komm, ich hab Servus, Digga. Bitte nur ernst gemeint und seriöse Anrufe unter der Nummer 010 6 7 6 9 5 1 2 7 3. Versand möglich, Paypal möglich, Digga. Ich weiß nicht mal, wie man versandt. Schau dir mal die Bilder an, Digga. Bro, Miller. Du hütten nur Augsburg dran, oder? Ja, war Augsburg. Konisch, Digga. Aber wie eine PS5 ist das, Moro? Ich kenn nicht mehr, wem die PS5 gehört, Digga. Bro, das ist von Savas. Bro, das ist auch Hintergrund von Savas. Alter, Jasik, Bro. Was? Einer scheint, ich möchte meinen kranken Bruder überraschen. Ich darf meine Mutter. Hallo? Ja, Shai, hallo. Und war Heldi Interesse an der PS5, was der Ecksteller hat? Ich hab immer noch keine PS5, Digga. Check's doch. Oh, ich hab schon 50 Leute haben vorhin angegriffen. Ich sag zu jedem, es ist keine. Es tut mir wirklich leid. Aber ich kann keine PS5 geben, wenn ich keine hab. Hade, tschüss. Oh Mann, ich hasse das so aus. Bleibt doch nicht die Leute, Bro, weil sollen die das wissen. So weiß das jemand. Bro, soll ich jetzt machen? Ja. Handy ist jetzt fertig. Oh, 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 oh. Ja, Bro, ich bin grad zu Königsblum. Ja, dann musst du da noch weg aus Königsblum, Bro. Das ist mir zu Arsch, Digga. Ich kann nicht von PS5 für den B****, lieber, Alter. Wieso nicht? Alter, ich will auf die Nummer 5 da vorne. Ich kann doch jetzt nicht von PS5 erfahren. Bro, was soll ich jetzt machen, wenn er mir grad geschrieben hat? Bro, übrigens müsst du eine PS5 kaufen. Was? Müsst du eine PS5 kaufen? Ich hab eigentlich die ganze Zeit, Bro, Dinger rein. PS5, 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 PS5. Wieso? 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 Hä? Wieso? Wieso? Du musst dir nicht von PS5 anrufen. Wieso sollst du von PS5 anrufen? Du verstehst, zweimal bei mir. Du hast mich ja auch angeteiligt und jetzt telefonier. Ich hab zwei Nummern. Ich hab zwei Nummern. Wieso? 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 Kann ich mir was... Kann ich mir was... Kann ich mir was mitnehmen, oder? Ja. Kannst du auch mal eine? Du eine nicht, oder? Ja. Oder mit dem ohne Teller, Bro. Mit dem ohne Teller. Es hat noch irgendwie mehr in der Teller, aber... Ähm, ja Bro. Bro, was ist denn drauf? Schinken an, Leute, Dig? Oh, F***! Ist das jetzt verstanden? Du eckiger B****, Digga. Wolltest du das jetzt? Bro, nein! Oh, nein! Wo ist das versteckte Kameranwaltschaft, Digga? Oh, nein, Bro. Ich wusste nicht, dass Schinken ist. Ich hab voll vergessen. Du eckiger B****, Digga. Ich freu mich noch voll aufs Essen, Digga. Ich riech Schwein am Nacken, Digga. Du wirst angenufen, Digga. Ich wollte dich nicht mal anrufen, Digga. Ich wollte dich nicht mal anrufen. Digga, hör auf Schweins essen, Digga. Nur weil dein Mutter einwand ist, Digga. Geht an! Das Mikrofon wurde gerade von deiner App entfernt. Bro, ich geh nicht mehr rein. Kommst du jetzt rauszufinden, wer ist zu laut, Digga. Ich schwör. Bro, ich geh jetzt in die Telefonie nochmal mit dem, Digga. Ich telefonier's nochmal. Hallo? Nein, ich hab das immer noch nicht. Also, ich weiß nicht, wer das reingestellt hat. Ich hab keinen Bock mehr. Bob, nächste Ding muss ab. Ich leg auf, ich hab keinen Bock mehr. Nächste Ding muss ab. Ich leg auf, ich hab keinen Bock mehr. Nächste Ding muss ab. Bro, nein. Bro, ich hab echt keinen Bock mehr, Digga. Bro, ich hab echt keinen Bock mehr, Digga. Geh jetzt ran, Digga. Na, 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 na. Das ist so schade. Bro, aber das ist... Digga, ich war's nicht mit dem, was, Digga. Ich war's, Digga. Ja, na, 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 na. Digga, dein Etiket kaputt, ja. Geh jetzt ran, am Telefon, Digga. Ich lasse das aus, die er kommt überhaupt mehr. Bro, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich hab echt keine Lust mehr. Ja. Ja, hallo. Ja, hallo. Ah, hallo. Ähm, ich rufe dir ein Facebook-Anwalt. Mal auf YouTube. Ach so. Susanne auf die Welt. Äh, das tut mir leid, die Wohl vor zwei Minuten verkauft. Es wird grad aktualisiert, dass ich auch verkaufte. Ach, mach mal keine Scheiße. Ich schwör auf alles. Scheiße, ey. Kann ich noch mehr gehen? Ja, es tut mir wirklich leid. Alles klar. Danke. Ciao. Mal, ich bin voll frei für. Hä? Ich merke auch nicht gut. Oh, jetzt schweinest du... Oh, hat er am Kind, Digga. Was ist denn? Schweine-Baguette, aber na, Rudum. Der ist einfach Schweine-Baguette, Digga. Ich bin echt gleich gerade mit diesem Baguette. Mann, das tut mir gerade voll leid, ich schwör. Bro, wie soll ich was sagen? Es ist ein Bruder, Motherfucket. Ah, 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 ah. Was ist das? Ah, 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 Digga, hör auf. Bitte, ah, 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 ah. Alter, Digga. Ah, man hat Schachterung, ah. Ah, 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 ah. Oh, Digga, oh, la, die, ah. Ich hab dich aufs genommen, Digga. Danke, jetzt kann ich 50 Leute zuwicksleiben. Mach's hab, Bro. Mach's hab, Bro. Mach's hab, Bro. Bro, die Leute scheinen mir alle wie behindert, gell. Ja. Bro, ich so, bitte anrufen, bitte anrufen, Bro. Er so, ist Fahndung bis 550 möglich. Ich so, ja, bitte anrufen und auch. Fahndung bei 550. Sehr ehrlich, Bro, das ist nicht damit gerechnet, Digga. Alter, Digga. Und ich bin schuldiger. Ah, Freunde, ich zeig jetzt nochmal, dass meine Kamera leer gegangen ist. Schaut, Freunde. Ne, ich nehme das jetzt, leg das mal kurz dahin. Boah, die würde einfach ein XS Max geben. Schaut jetzt. Ich recorde Akkus der Chef. Digga, das war echt. Cringe, Digga, gerade. Ja, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Digga, er ist einfach schwein, Digga. Und wenn wir schwein geben, du B**** zu eklig, Digga. Hadiya, Salami, wir sehen uns. Ich bin von Ramo. Haber, Baby, Sina ni late, Lishkundi mui, se pom, erdhe dhe i treti, sanet vondrohen të mu nung, ko ni njet.